Weiter geht's mit Dead Space. Hier haben wir gerade eben einen Massaker, also im letzten Part, einen Massaker angerichtet. 2000, 2000 Textlog. Niemand braucht Textlogs auf Textlog-Kraftigkeit. Alter, das ist so weit. So, da. Das ist ja doch mal ein geiler Anfang, Baby. Das wäre ich am Anfang vorlesen würden. Fünf Minuten vom Part, oder? Mhm. Hm, dezent Part verschwinden. Alter, wer braucht Unitology? Wer braucht so viele langen Texte? Ernsthaft? Schmähdich geht, schmähdich geht. Plasma! Ach nee, wir haben nur einen Knoten. Genau. Da war ja was. Ja? Geld? Hallo. Geld? Ey, das Geld lässt sich nicht nehmen. Mann. Halt, ich wollte schon sagen, Betrug hier und so. Da soll ich lang, also, äh, speichern wir erstmal. Genau. Ich meine, wir haben eine dezente Menge maximal inventiert in der letzten Folge besiegt. Mhm. Ui. Ich wollte schon sagen, äh, Mann ist hier, äh, schönfarbe, aka blutvergossen worden, aber es ist ein roter Teppich. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte gerade, wow, hier liegt aber ziemlich viel Kasm, Moni. Das war nur Licht. Überall. Überall. Ja, Tür darfst du gerne aufgehen. Der verrückte Doktor. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! I call that murder. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. What the fuck? Ich nenne sowas Mord. Ich nenne sowas Verrücktheit. Halt auf Verrückthaftigkeit. Das ist krank, was der Kerl abzieht. Wie gesagt, Mord. Bitte warten. Ah. Gibt es open. Ich soll da rein. Was sagt eigentlich die Kartell? Dass ich vielleicht mal da lang gehen kann. Jo. Bei optionalen so. Weil Sackgasse. Monogen auch in Sackgassen. Genau. Aua. Hey, da hängt es ein Sniper. Wir haben ein Ame-Bot. Aua. Das ist so ein Heimer. Das ist so ein Heimer. Das ist dein Turretz auf. Ey, du Heimer-Dinger. Ich schneid dich auf. Du bist so ein Heimer. Äh, what da? What da? What da? She just happened. Ich bin nur, auf einmal war der Kopf ab. Ich hätte schon fast gesagt, du bist gestorben. Wäre mir nicht aufgefallen. Ich glaube, an dem darf man nicht zu nah ran. Ja, auch mit deinem komischen Torrezia. Oh, das war der Typ da. Es gibt ein Maximum von zwei. Zumindest bei Heimerdinger. Genau. Wie man so schief aussieht, egal. Ich glaube, dass ich ist tot. Mhm. Was hast du in mir hinterlassen? Geld. Was hast du in mir hinterlassen? Rebuckling. Hate you. Geld regiert die Welt. Schlüssel. Kein Schlüssel. Wer braucht schon einen Schlüssel? Für eine Toilette. Ich meinte, in der letzten haben wir irgendwas. Hm, 3000. Geld auf... Money. Geld auf Money. Da geht's nicht durch. Also theoretisch wird's schon durchgehen. Also ich meine ja nur, aber das Spiel sagt nein. Computer sagt nein. Hat jemand eine Machete dabei? Ich habe einen Castle Genie dabei, aber... Spiel sagt nein. Nein. Cooles Spiel. Das ist das selbe wie... Computer sagt nein. Mhm. Schon in etwa, ja. Du kannst nichts machen, wenn Computer nein sagt. Genau. Du musst dich einfach... Nur... Das ist so, als würde... dein PC nein sagen, sich eine Sonngrille aufsetzen und sagen, die Uhr wird. Ich würde das nicht machen. Chooh Bubblegum und so. Juh Bubblegum und so. Genau. Nur um sicher zu gehen. Sorry. Du liegst hier dezent im Weg rum. Ich habe es ihm leichter auf den Fuß getreten. Naja, er liegt halt ein wenig neben sich. Wer will was von mir? Kommt her! Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Aua! Aua! Nicht hauen! Das tut nicht nett. Hm, ich bin dezent in der Sackgasse. Danke sehr! Danke fürs Platz machen. Sehr freundlich. Ja. Dafür gibst du grad Klinge auf die Knie. Das Knie. Das war grün. Das sieht gut aus. Oh, da habe ich einen Energieknoten for free gesehen. Nicht. Jetzt muss ich mit diesen herumspringenden Körperteilen fertig werden. Sonst noch eins? Ich denke nicht. Ich denke schon. Jetzt nicht mehr. Ich denke nicht. Kommt an's angekrabbelt. Da sieht man, dass man dir das Denken nicht überlassen sollte. Das ist nicht so meine Stärke, sagen wir es mal so. Hey, mal wieder eine gute Aussicht auf den Planeten. Ja. Und auf das schöne Loch. Hallo Planet. Hallo Loch. Wie war's mit Tower Diving? Tower Diving like Blitzcrank? Äh nein. Mehr Tower Diving like Darius. Oder like ... I can be a man for 5 seconds. Hey, das kann nur ich. Aua! Äh! Aua, nicht hauen. Kann nicht mehr Tower Diving nicht aktivieren und trotzdem sterben. Sowas kann nur ich. Tower Diving like Poppy. der poppy ist sowieso alles scheißegal aber eigentlich von lol wo ich auch gehabt sagen weil es dann wird spieler reichert werden aber ich muss mit ihnen reden ich bin ganz in ihrer nähe und ich weiß dass sie es interessieren was ich zu sagen habe ich kann ihnen alles erklären ich weiß was passiert ist wenn sie die navigaten haben werde ich sie in die sicherheitsstation lassen wir müssen reden sollte ich ihn kennen was soll es auch der verrückte professor und ich mal im aufzug angepiept hat mister darf ich kurz stören genau warum nicht ein mister meine hand kann explodieren der wo weitergezogen so mir ist immer wieder ja rufen bitte danke sehr einmal abwärts bitte danke sehr da krabbelt doch schon wieder was irgendwo krabbelt hier wieder was da hat schon wieder was geschrien da hat schon wieder was geschrien verschlosen 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 natürlich die toilette ist mal wieder offen ok du bist tot und bleibt tot mit diesem maximal pigmentieren kann man nicht trauen naja seine beine verloren also von dem her würde ich sagen er bleibt tot der kräfte doch benutzen gerade wie immer so rot hinterlegt und so wahrscheinlich halte die speicherstattung angst vor dem kerl in der toilette ich höre schon wieder stimmen nicht ich ach so nicht schon wieder ich hab schon wieder die falsche waffe für diesen job jaja falsche waffe für diesen job du kannst nicht wechseln jetzt ist es zu spät ich schieße daneben tschüssi 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 weil ich jemand weiß ich werde in der Haus g s wenn wir da hinkommen die Eisehörige lang nicht mehr gesehen na ich hab gehört du hast du einen kleinen Unfall und so hast du nur schwach bescheid überstanden du kleine Grifte fällst hey Lörd ey nicht so rabiat hat man kann über alles reden genau man soll über seine probleme mit anderen reden mhm einer ging daneben geh kaputt dankeschön auch von mir an dankeschön dass du kaputt gegangen bist wie viele arme hat das ding eigentlich wie viele arme hat das ding eigentlich anscheinend wollen die sich zu bewegen dann kann man sich dazu bewegen da in dieses Loch zu steigen auf jeden fall war ich nämlich der einzige mit dem ich gespielt hat genau stase of uselesskeit so tic tac sag schnell fahr das vorbei also dann bis zum nächsten mal tschau tschau